Das ist die Grafik von GTA 6. Ich verlose GTA 6 als Vorbestellung. Interesse? Dann guckt jetzt in die Videobeschreibung. Ja Freunde, die Frage aller Fragen. Wie wird die Grafik von GTA 6 sein? Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der mit diesen ersten Gedanken aufwacht. Ja, ich bin GTA-süchtig. Und dieselbe Frage, sowie dieselben Gedanke hatte auch ein Programmierer. Und dieser Programmierer hat sich damit befasst, sich zu informieren, wie die Grafik von GTA 6 sein könnte. Wir wissen ja, Rockstar Games arbeitet mit der Rage-Engine. Und die werden auch eine neue Version für GTA 6 auf den Markt bringen. Das bedeutet, die Grafik wird noch krasser als bei Red Dead Redemption 2 werden. Ja, und der Programmierer dachte sich, wieso fantasieren? Ich werde euch zeigen, wie die Grafik von GTA 6 werden wird. Ich werde euch zeigen, wie die Grafik von GTA 6 sein könnte. Ich werde euch zeigen, wie die Grafik von GTA 6 sein könnte. Ich werde euch zeigen, wie die Grafik von GTA 6 sein könnte. Ja, Freunde, man muss natürlich ehrlich sagen, es ist nicht die originale Grafik. Doch trotzdem hoffe ich, dass es euch etwas befriedigt hat. Und um die wirkliche Grafik von GTA 6 zu sehen, da müssen wir uns noch etwas gedulden. Was sagst du dazu? Denkst du, die Grafik wird genauso werden oder noch besser? Schreib deine ausführliche Meinung in die Kommentare. Abonnieren, nicht vergessen, sonst hatt ich nichts mehr zu essen. Liken, teilen, wär so geil, denn ich hab auch nichts mehr zu gleiten. Keine meinen, kommentieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt keine Zeit verlieren, einfach rüber reagieren.